So, ich hab's natürlich jetzt immer für fortgeschrittene. Ich hab mir jetzt sozusagen hier einen ganz großen Becher hergestellt und habe mir dort was zum Kullen reingetan, dass ich jedes Mal hier die scheiß Flasche auf- und zuschrauben muss, ja. So, okay, okay. Da ist ein Creeper hinter dir, aber ich mach ihn schon. Na gut. Geht ganz einfach, zwei Pfeile und eine Box mit einem Schwert und dann war's das für die Sardi. Und was sagst du, da haben wir doch eigentlich das letzte Mal schon krass hier abgebaut und dran gebaut, ja? Ja, ja, das ist also, ihr habt ja auch das Gebäude hier weggemacht, ne, also den Vorbau. So, okay, XP hab ich auch ein Geheims. Hier, das geht jetzt übrigens so, was du grad machst, hey? Du kannst jetzt hier übers Feld laufen, ohne das kaputt geht, ohne in der Hocke zu gehen. Das finde ich natürlich richtig geil, dass sie das gemacht haben. Das haben wir erstmal hierher gesetzt. Das haben wir hierher gesetzt, oder das hat auch Pascal hierher gesetzt, damit wir erstmal dann ein paar Samen zusammen kriegen und so. So, ich muss dann erstmal mein Inventar leeren gehen. Du sag mal hier, äh, wolltet ihr den Hügel hier bis zum Wasser alles hier wegmachen, oder was? Ja, ja, wir wollen auch hier, wenn du mal hier noch, jetzt komm ich wieder nicht rein, äh, wenn du mal hier so den, das ab, die Abbaufläche hier siehst, hier musst du mal herkommen schnell. So, wenn du jetzt hier das ganze Ding siehst, bis hier hinter, wo erstmal die Bäume stehen, da wollen wir jetzt noch hier hinter, kommt, fängt nämlich dann Wasser an und bis dahin wollen wir das auch noch alles eben machen, wo wir dann hier Häuser und alles bauen. Ja, 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 genau, das habe ich mir schon gedacht. So, dann haben wir nämlich dann erstmal hier eine riesige Baufläche, wo wir dann halt erstmal bauen können. Sämtlichen Scheiß. Dann weiß ich, was ich tun werde, ich schaufel jetzt mal ein bisschen hier rum. Naja, mach, mach was du, mach was du willst, mir ist das Wurst. Ich will jetzt erstmal... So, warte mal, erstmal tue ich jetzt mein Inventar lernen gehen. Wenn ich mal reinkomme, okay. Du bist ja gerade drinnen, könntest du mir dann eventuell eine Diamantenschaufel machen? Eine Diamantenschaufel willst du haben? Ja, weil wenn du hier schon ordentlich am Abpoolen bist hier... Wenn ich sie denn mal finden sollte, ordentlich hier... Da, okay. Ah, das ist ein Mikro-Diamant hier, das kann sie machen. So, lassen wir das erstmal hier. Ja, wenn wir dann die gesamte Fläche haben, ich weiß ja nicht, wie du dir das gedacht hast, dann können wir dann erstmal so ein paar Stunden unten Ressourcen suchen, hier Diamanten und all so ein Dreck, und dann können wir ja hier Grundrisse ziehen, von den jeweiligen Sachen, die wir bauen wollen. Ja, Grundrisse nicht, weil... Ich bin ja eigentlich so, will ich ja schon noch so... Oh, Holz habe ich ja auch gut gesammelt, sehe ich gerade. Warte mal, da brauchen wir auf jeden Fall mal... Wie viele Fackeln hast du eigentlich gemacht? Hast du da jetzt alle wieder aufgebraucht, oder hast du irgendwo welche hingetan? Ich habe 64 und 32 wieder in der Kiste reingepackt, da wo auch die Werkzeugsachen drin sind. Achso. Und so, sonst habe ich danach keine weitergemacht. Ich habe jetzt selber nur noch auch 11. Achso, na, dann mach ich nochmal ein neuer. Ein paar. Lass mal das erstmal da, das hier haben wir. Das und... So... So... Weißt du, ich habe mir das so gedacht, hier unten ziehen wir dann noch eine Mauer rein. Und mir hängt dann nicht jedes Mal überall so ein Schild, äh... So ein Schild dran, sozusagen, wo wir dann draufschreiben, oh, dort ist Stein drin, dort ist... Weiß ich nicht, was drin er hält. Ich habe mir das so gedacht, ähm... Wo sind die? Hier, hier sind sie. Oh, hier oben sind auch noch Fackeln, sehe ich gerade. Was sind das für... Holzkohle gibt Klemmer, ja? Weißt du, du willst einen Rahmen machen, ne? Und mit Leder da... Und dann kannst du den Block da draufsetzen. Jaja, so wie ich das mache. Ich sag mal, das kommt bestimmt besser, ne? Ja, das sieht doch gut aus. So, ich brauche Sticky... Sticks... Sticks haben wir hier nicht, also muss ich nochmal hier ran... Oh, warte mal... Kohle... Kohle... Gib mir mal die Kohle, ja? Oh mein Alter, ich... Weißt du, was wir mal machen könnten? Zum nächsten Mal, wenn wir ein Minecraft-Video aufnehmen. Machen wir gerade. Das ist ja... Jaja, ich meine jetzt zum nächsten Mal. Hier ist ja relativ viel zu tun. Und wer Bock hat zu schaufeln... Ah... Der könnte sich gerne hier dran beteiligen und mitmachen und den Scheiß-Hügel hier wegbuddeln. Jaja... Dann machen wir mal so eine Aktion gleich hier mit 8 Leuten. Was denkst du, was da abgeht, ey? Ja, 8 Leute schaufeln um die Wette. Wer am meisten... Achso... Wer am meisten abgetragen hat, der kann den Preis gewinnen. Der ist offiziell weil den nächsten... 10 Parts dabei... Das ist ein bisschen viel ne? Was, 10 Parts? Nein. Das ist ein bisschen eine Abwechslung, kann ruhig machen. So... Warte mal... Fackeln kann ich auch so machen, wenn ich sie denn deinen... so ich muss mal warten hier ist das essen drin hier ist beleuchtung kommt die fackeln mal hier rein so ich habe jetzt erstmal ein paar mal fackeln gemacht 28 hebe ich erst mal auf wo waren die antrennen jetzt ja tatsächlich okay das schaffe ich erst mal schnell was essen meine meloden werden langsam knapp okay schon wieder eine schaufel durch heftig apropos stimmt ich musste ja noch deine diamantenschaufel ich mache dir erst mal eine diamantenschaufel aber ich denke mal die wird auch nicht allzu lange halten so und morgen ist das große xbox live event da bin ich ja mal gespannt was die neue konsole so zu bieten hat ich hoffe die machen das nicht so wie sony und einfach nur mal eben so ein controller vorstellen für vier stunden da habe ich mich in der ecke ja das das wäre ja wohl witzlos alter und ich hoffe auch nicht dass sie das wie sony machen dass da irgendwie so ein social network button drauf ist weil welche sau interessiert das wo und welchen spiel du jetzt gerade über facebook drinne wirst oder so also ich bin schwachsinnig was willst du mit so einem knopf knopf ja weil bei dem PlayStation 4 controller der sieht ja genauso bekloppt aus wie der 3er und wieder 2er und wieder 1er ich hoffe ich hoffe einfach die sollen den controller so lassen wie der ist so hier hast du deine schaufel ich war sogar so freundlich und habe meine 15 level geopfert dann habt ihr das ding noch verzaubert dääh und jetzt geht die richtig flott weg die häufchen hier oder was nee da war haltbarkeit und glück habe ich gekriegt haltbarkeit ist auch richtig gut ja ja also es ist auf jeden fall gut also so war das ich wollte eigentlich effizienz und und haltbarkeit aber so lange wie überhaupt haltbarkeit drin ist bin ich eigentlich ganz zufrieden jens wäre nicht schlecht gewesen die schaufel hier ist auch schon wieder gleich durchgekloppt das geht flott da ist ein hund ein hündchen so mal sehen was unsere kohle sagt die braucht immer noch die ich heiße die dann lassen wir das erstmal jetzt scheiße sein und nehmen hast du namen im kopf was denkst du wie sie die neue xbox nennen werden ich denke mal dass die die 720 nennen werden oder was denkst du ja der hund hier der hat hier die schafe umgebracht deswegen liegt hier die volle überall ne ich gehe auch mal davon aus dass sie die 720 nennen ganz ehrlich ja der lagune hat mir vorhin erzählt dass irgendwie das gerücht was ich aber nicht denke dass sie die Infinity nennen wollen was ich aber schwachsinnig finden würde glaube ich Infinity ja so heißt doch das spiel was eigentlich rauskommen ist das nicht das was von den neuen also von den von bungee keine ahnung kann ich dir nicht sagen ich weiß es nicht kannst du ich komme mal jetzt schnell zu dir gerannt kannst du mir mal ein bisschen erde geben ich muss hier hinten mal noch was zu bauen du hast ja bestimmt schon ein bisschen abgebaut der ende weil was brauchst du denn gib mir zwei drei stacks das reicht mir aus so danke danke wenn du ein enderman siehst jetzt ist nachts gleich drauf gehen hey ich will die enderperlen zusammen haben damit mir auch mal äh ich hab schon einen ich hab schon einen ja damit wir mal gegen den enderdrachen kämpfen können alter ich hole den erstmal runter ey komm mal her so ich guck dich an jetzt komm boah ich werd hier angegriffen ja von der bogenschütze bestimmt ja jetzt kommt er ja oh ja mein freund so ich kämpf wieder gegen enderman bis dahin da okay boah so du verdammtes ja die werden scharfe nerven überhaupt nicht ja unten enderperlen nice alter schafe schafe sind sowas von böse genauso wie kühle alter die rennen die rennen irgendwie jedes mal ins gesicht rein aber seh ich jetzt gerade richtig das mein schwert das wär der ab wenn mein schwert jetzt gleich kaputt geht alter das hab ich doch noch gar nicht so oft benutzt das hab ich doch noch gar nicht so oft benutzt ganz locker dicker ganz locker dicker du wirst schon bedient keine sorge ja okay jetzt müssen wir auf jeden fall hier wieder tauchen aber erstmal muss ich was snacken ich glaub ich hab die bäume hab ich ne axt mit ja also wenn du ne axt brauchst wieder musst du dir auf jeden fall eine machen weil ich hab vor uns alle halb kaputten rausgenommen ne ich hab eine ich hab eine weil ich muss ja hier die bäume auch wegkloppen achso so hab ich schon gemacht hier achso ok so da tun wir natürlich jetzt wieder landformen die ist das scheiße schon da gras gefressen die saudi wollen wir mal ein bisschen gucken wegen so ein enderman oh ja siehst du da ist nämlich einer direkt neben mir komm mal her wo ich bin der ist sogar schon da also aufpassen wegen der scheiß wasser wo kommt der hund her meine hunde haben ihn umgebracht was das für eine treckschiff obst fliege ja wieso kommen meine hunde jetzt hier raus willst du verarschen ich habe so eine trecks obst fliege die fliegt mit ständischen gerichtum alle so das hast du davon aus kill den ja ohne ep lassen zu auffallen das ist geil wenn die hunde die gegner töten lassen lassen die gegner auch ep feiner gut ich bin schon wieder angegriffen wo ist mein okay bleib hier so auf jeden fall habe ich jetzt zwei ender perlen das ist doch mal richtig geil da brauchen wir jetzt nur noch sechs okay wir brauchen bestimmt noch ein paar mehr weil wir müssen die dinger nämlich dann auch werfen weil wir ja hier die das ender portal sozusagen noch nicht gefunden haben das ist halt das problem so zu sagen so schrug mal ob ich hier noch irgendwo in endermann abstauben kann der lobby ist noch mal ja hinter